Schwarze Magie aus dem Iran. Oft habe ich immer geglaubt, das ist ein Aberglaube. Ich rede es mir nur ein, aber irgendwas muss doch da sein, denke ich mir. Meine kleine Schwester, ich, mein Vater und meine Mutter, führen ein einigermaßen glückliches Leben, bis irgendwann Streitereien anfingen und es immer schlimmer wurde, es wurde immer schlimmer und immer schlimmer, bis irgendwann mein Vater sich von meiner Mutter getrennt hat mit dem Argument, dass sie krankhaft eifersüchtig ist und streitsüchtig ist. Er hat es nicht mehr ausgehalten, er hat gesagt, ich halte es mit ihr nicht mehr aus. Es geht einfach nicht. Ich überlasse dir die Kinder, aber hier zusammen zu leben, miteinander, funktioniert nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Ich möchte die Trennung. Meine Mutter ist daraufhin noch mehr durchgedreht, wurde noch eifersüchtiger. Was ist, wenn er sich eine neue sucht? Meine Mutter hat meinen Vater sehr, sehr, sehr geliebt und deswegen war sie auch so besitzergreifend und hat meinen Vater auch, glaube ich, übertrieben eingeengt, wirklich sehr, sehr eingeengt. Wir haben es auch selber mitbekommen, gesehen, gehört und jeden Tag diesen Streit auch zwischen beiden so mitzubekommen, war auch nicht schön für uns beide. Nach drei Jahren kam es dann zur offiziellen Scheidung. Drei Jahre haben meine Eltern getrennt gelebt. Nach drei Jahren Trennung kam es dann auch zur offiziellen Scheidung und das war der Gnadenstoß für meine Mutter. Meine Mutter kam mit der Scheidung überhaupt nicht klar, wirklich überhaupt nicht. Sie hat die letzten drei Jahre immer und immer gehofft, dass er wieder zurückkommt zu ihr, zu seinen Kindern und dass man wieder ein harmonisches Leben miteinander führt, wie eine kleine normale Familie einfach. Mehr wollte meine Mutter nicht, aber meine Mutter hatte, wie gesagt, diesen Tick, einfach bei jeder Kleinigkeit durchzudrehen, nachzubohren, wo bist du, was machst du, tausende Anrufe, bis er nach Hause gekommen ist, obwohl er eigentlich nirgendwo war. Und das hat mein Vater natürlich übertrieben seinen Kopf geballert. Und somit kam es dann auch zur Scheidung. Es kam zur Scheidung. Meine Mutter hat sich dann irgendwann entschieden, schwarze Magie anzuwenden, um seinen Kopf zu waschen oder irgendwie sowas in der Art. Ich habe es selber nie richtig verstanden. Sie hat irgendeine Tante angerufen aus dem Iran, hat ihr die Situation erklärt. Sie kannte jemanden, der das macht. Sie hat mit ihm auch telefoniert. Und er hat ihr gesagt, ich werde dir etwas zuschicken nach Deutschland. Das sind Karten. Du gehst nach draußen vor die Tür oder auf den Balkon oder wie auch immer und zündest jeden Tag eine Karte davon an, verbrennst sie. Irgendwann kamen diese Karten an und ich habe meine Mutter dabei beobachtet, wie sie auf den Balkon geht und eine Karte verbrennt. Ich habe mir erst mal nichts dabei gedacht. Ich dachte mir, egal. Lass sie ihre Filme machen. Vielleicht akzeptiert sie das irgendwann in ihrem Kopf und denkt sich, egal, Hauptsache ich habe meine zwei Kinder hier bei mir. Denen geht es gut. Die sind gesund. Scheiß einfach drauf, so nach dem Motto. Aber meine Mutter war so besessen von meinem Vater, das war nicht mehr normal. Das war krank. Das war wirklich, wirklich krank. Sie hat weniger gegessen. Sie hat abgenommen. Du hast ihr richtig angesehen, wie heftig sie leidet. Nach drei, vier Tagen. Ich sitze im Wohnzimmer. Ich schaue mir was auf YouTube an, in Dokumentation. Meine Schwester schläft. Meine Mutter sitzt neben mir. Und auf einmal fängt meine Mutter an zu reden. Was soll ich denn machen? Es ist doch schon die dritte Karte. Hast du einen Tipp für mich? Und auf einmal wird sie lauter auf mich anzuschreien. Ich habe dir nichts getan. Ich gucke sie an. Ich so, was geht jetzt ab? Ich sage, ey, mit wem redest du da? Sie sagt, das geht dich nichts an. Sei ruhig, warte ganz kurz. Ich gucke sie an und sie redet weiter. Ja, okay. Ja, morgen, morgen. Morgen um 19 Uhr werde ich wieder eine Karte verbrennen. Aber macht mir nicht so einen Druck. Macht mir bitte nicht so einen Druck. Ja, ich weiß. Ich weiß, er ist fast weg. Er wird sich eine neue suchen. Ich mache das schon. Er wird wiederkommen. Egal wie. Auch wenn ich ihn zwingen muss. Er wird wiederkommen. Ich kriege richtig Herzklopfen. Ich so, Digga, mit wem redet sie da? Irgendwann hat sie aufgehört zu reden. Sie sagt, hast du Hunger? Ich sage, nein, ich habe keinen Hunger. Sie sagt, okay, dann gehst du auch langsam ins Bett. Schlafen. Du musst morgen zur Schule. Ich lege mich in mein Bett und überlege die ganze Zeit, was führt sie jetzt auch noch Selbstgespräche oder was? Auf jeden Fall, es ist 3, 4 Uhr nachts. Ich bin am Schlafen auf einmal. Meine Mutter fängt an zu schreien. Lasst mich endlich in Ruhe. Ich will endlich schlafen. Hört auf damit. Es reicht doch. Hört auf, auf mir einzureden. Es reicht. Es reicht. Ich weiß schon. Hört auf, mir jedes Mal zu sagen, was ich machen soll. Und fängt richtig übertrieben an zu schreien, als würde sie sich mit jemandem streiten. Ich renne in ihr Zimmer. Ich sage, was ist los? Ich sage, geh raus. So richtig laut. Und guckt mich mit einem Todesblick an. Der war nicht mehr normal. Ich habe mir richtig krank, krank Sorgen um sie gemacht. Nächsten Tag, sie geht wieder auf den Balkon, verbrennt wieder eine Karte und es wurde von Tag zu Tag schlimmer. Von Tag zu Tag wurde es schlimmer. Sie ist in der Küche. Ich bin im Wohnzimmer und ich höre nur noch, wie sie sagt. Die Kinder sind hier. Lasst mich bitte in Ruhe. Wartet, bis die Kinder schlafen. Dann können wir uns in Ruhe unterhalten. Hört auf damit. Ich gehe zu ihr hin. Ich sage, mit wem redest du? Sie sagt, ich habe mit niemandem geredet. Was ist los? Ich habe gesagt, du unterhältst dich doch gerade mit jemandem. Sie sagt, da ist jemand in meinem Körper drinne seit dem ersten Tag, aber jetzt sind irgendwie mehrere Leute in meinem Körper. Ich kann das nicht mehr kontrollieren. Geh bitte in dein Zimmer jetzt. Ich so, kann ich bitte wieder ins Wohnzimmer wenigstens ein bisschen weiter fernsehen? Sie sagt, ja, okay, geh. Ich bin gerade dabei zu gehen. Sie sagt wieder, jetzt hat er alles mitgekriegt. Hört endlich auf damit. Hört endlich auf damit. Wieso geht ihr nicht zu ihm? Redet doch mal mit ihm. Was hat er gesagt? Wo ist er jetzt gerade? Wisst ihr, wo er ist? Okay, und was macht er gerade? Mit wem ist er? Hat er was über mich gesagt? Hat er irgendwas gesagt? Wie geht es ihm? Ist er glücklich? Ist er unglücklich? Ich will wissen, wie es ihm geht. Leidet er auch so wie ich? Und während sie so redet, na, mein Herz schlägt unnormal schnell, unnormal schnell. Auf einmal fängt sie an zu weinen. Sie fängt an zu weinen und sagt, bitte, ich kann einfach nicht mehr. Wo war er gerade? War er zu Hause oder wo war er? Wie er war mit einer Frau. Welche Frau? Wie heißt sie? Was haben die denn gemacht? Die haben Händchen gehalten. Meine Mutter wird richtig aggressiv. So richtig aggressiv. Sie ruft mich. Komm sofort her. Ich gehe zu ihr hin. Ich sage, was ist? Sie sagt, du weißt, dass dein Vater eine neue hat. Und du sagst mir das die ganze Zeit nicht. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob mein Vater eine neue hat. Was redest du denn da? Sie sagt, doch. Du warst sogar letztens mit denen unterwegs. Stimmt's? Willst du, dass sie deine Mutter ist? Willst du das? Denkst du, sie wird dich genauso lieben, wie ich dich liebe? Was bist du nur für ein undankbarer Mensch? Siehst du, dass du vor meinen Augen verschwindest? Aber ganz schnell. Ich gehe weg und er fängt sie so richtig traurig an zu weinen und sagt, jetzt streite ich mich auch noch mit meinem Sohn wegen euch. Warum habt ihr mir das gesagt, dass er mit ihr unterwegs war und mit ihm? Wie soll das Ganze denn so weitergehen? Ich kann nicht mehr. Ihr habt doch gesagt, ich soll das machen, das machen, das machen und dies machen. Ich halte mich doch an alles. Wann holt ihr ihn denn endlich wieder nach Hause? Und ich denke mir, bis wohin soll das Ganze gehen? Ich bin zu dem Zeitpunkt 14 und es wurde von Tag zu Tag immer schlimmer, immer gruseliger, immer gruseliger. Ich dachte mir, was ist, wenn diese Geister, die sie da so im Griff haben, ihr einreden, dass sie uns umbringen soll oder so. Während wir schlafen. Ich hatte Angst zu schlafen. Ich wusste nicht mehr, wohin mit meinem Kopf. Sie konnte nichts mehr. Wir sind auch irgendwann weniger zur Schule gegangen, weil wir uns um sie kümmern mussten. Das Ganze ist explodiert. Ich habe meinen Vater angerufen und ich habe gesagt, meine Mutter verhält sich so und so und sie sagt, diese Frau ist krank im Kopf. Mit der kommt keiner mehr klar. Checkt es endlich. Bringt sie zur Vernunft. Ich kann mit ihr nicht an einem Tisch sitzen. Das ist eine Psychobraut. Tut mir leid, dass ich das sage, aber sie ist eine Psychobraut. Lass es. Vertrau mir. Schenk ihr nicht zu viel Aufmerksamkeit, weil so macht sie nur noch weiter. Und ich komme ganz bestimmt nicht. Ich weiß ganz genau, fünf Minuten ist sie die liebste Frau auf der Welt und im nächsten Moment wird sie zu einem Monster. Ich kann das nicht mehr. Sie macht meine Psyche kaputt. Ich kriege Herzrasen, wenn sie schon allein redet. Ich sage zu ihr, aber wie soll das, ich sage zu ihm, wie soll das denn so weitergehen, Papa? Was mache ich denn mit ihr? Ich erzähle ihm das, aber er realisiert das nicht. Ich habe gesagt, bitte komm einmal und hör dir das mal an. Er sagt, okay, ich komme morgen. Nächsten Tag, mein Vater kommt. Er kommt durch die Tür. Er zieht seine Schuhe aus. Kommt rein. Sie guckt ihn an. Er guckt sie an. Sie sagt, schön, dass du da bist. Möchtest du einen Kaffee? Möchtest du einen Tee? Er sagt, ja, mach mir einen Kaffee. Sie geht in die Küche. Ich wollte auch was aus der Küche holen. Auf einmal höre ich, wie sie sagt, das war gerade richtig gut, was ihr gemacht habt. Ihr macht einfach weiter, weil ich kann mich mit ihr nicht unterhalten. Das müsst ihr jetzt übernehmen, okay? Solange er da ist, müsst ihr mit ihm reden. Ich bin wieder umgedreht. Ich wollte nicht, dass sie mich sieht. Sie kommt rein. Ein ganz anderer Mensch ist auf einmal da. Sie setzt sich hin. Sie sagt, wie geht es dir? Was machst du so? Wie läuft dein Leben? Bist du glücklich? Das ist die Hauptsache. Wenn es dir gut geht, glaub mir, dann geht es mir auch gut. Den Kindern geht es ihr auch super. Was machst du zur Zeit? Erzähl mal ein bisschen was. Mein Vater redet und redet und redet. Und sie antwortet ihn so lieb und so verständnisvoll. Sie hat für alles gerade Verständnis. Für wirklich alles. Dann sagt sie, es würde uns wirklich, glaube ich, uns drei sehr, sehr freuen, wenn du öfters mal kommst. Und wie wir vielleicht auch zu viert mal wieder was essen gehen. Ich mache mir auch keine Hoffnung oder so. Es geht einfach nur um die Kinder. Es ist doch schön, wenn wir einfach vielleicht einen glücklichen Tag miteinander haben. Mein Vater sagt, ja, aber du weißt, wie es ist. Wir haben einen schönen Tag miteinander und im nächsten Moment wirst du wieder zu Furie. Und ich sehe nur noch, wie sie so ihre Faust richtig so presst, sich auf die Lippen beißt und sagt, beruhig dich. Mein Vater sagt, was hast du gesagt? Sie sagt, ich habe nichts gesagt, aber ich habe es gehört. Sie hat gesagt, beruhig dich. Irgendjemand hat zu ihr gesagt, beruhig dich. Und ich denke mir, ich bin in einem schlechten Horrorfilm. Auf jeden Fall haben die sich dann darauf geeinigt, dass wir morgen schon diesen Tag haben werden. Wir gehen schön was essen. Mein Vater liebt Steak. Wir sind Steak essen gegangen. Meine Mutter richtig übertrieben vorbildlich. Vorlieb. Kein Streit. Kein nix. Alles super. Es hat sich angefühlt wie früher. Und auch dieser Blick von meiner Mutter war ein komplett anderer Blick. Komplett anderer Blick. Ich kam auf mein Leben nicht gleich so. Digga, was ist sie für eine Schauspielerin? Wie macht sie das? Jeden Tag ballert sie unseren Kopf. Und jetzt, wo mein Vater da ist, ist sie der ruhigste Mensch auf der Welt. Sagt zu ihm, schmeckt dir das Steak? Möchtest du noch was anderes haben? Ist das alles okay so? Mein Vater sagt, ja, es ist alles okay. Beruhig dich. Entspann dich. Es ist alles gut. Auf jeden Fall, wir haben einen sehr, sehr schönen Abend gehabt. Und ich dachte, meine Mutter hat jetzt auch so ein bisschen ihren Seelenfrieden. Es wird alles wieder gut. Alles wieder normal. Wir gehen nach Hause. Wir ziehen uns um. Ich gehe duschen. Meine Schwester geht auch danach duschen. Legt sich hin. Ich chill wieder im Wohnzimmer. Meine Mutter ist in der Küche. Raucht einer am Fenster. Und sagt, ihr habt das echt heftig gemacht. Phänomenal. Das war so gut. Ich glaube, er hat uns alles abgekauft. Ich komme auf mein verficktes Leben nicht klar. Ich laufe in die Küche. Ich muss sie zur Rede stellen. Es geht so nicht mehr weiter. Sie steht am Fenster mit dem Rücken zu mir und glaubt mir, keiner hätte gehört, dass ich hinter ihr stehe. Sie steht am Fenster mit dem Rücken zu mir. Ich will sie gerade ansprechen. Und dann höre ich auf einmal, wie sie sagt, wie lange stehst du schon hinter mir? Was möchtest du? Wir haben deine Mutter im Griff. Mach dir keine Sorgen um sie. Aber sie redet. Ich sag, wer bist du? Was möchtest du von meiner Mutter? Deine Mutter ist nicht mehr deine Mutter. Geh weg, bevor wir deine Mutter zu Sachen zwingen, die sie gar nicht möchte. Du möchtest doch deine Mutter in guter Erinnerung haben, oder? Jetzt siehst du, dass du ins Wohnzimmer gehst, aber ganz schnell. In dem Moment dreht meine Mutter sich um, guckt mich an, aber das war nicht meine Mutter. Das waren nicht die Augen meiner Mutter. Ich gucke ihr in die Augen, sie guckt mir in die Augen. Und ich kriege die Gänsehaut meines Lebens. Ich denke mir, verdammte Scheiße, was geht hier vor sich? Was geht hier nur vor sich, Alter? Ich versuche dagegen anzukämpfen. Ich versuche ihr immer weiter in die Augen zu schauen. Aber dieser Blick wird immer kälter und aggressiver. Ich habe mich einfach umgedreht und bin gegangen. Von Tag zu Tag wurde es schlimmer. Mein Vater kriegt Anrufe von ihr. Wie früher auch, aber noch extremer und schlimmer. Sie hat ihm Sachen gesagt, was er gerade tut, die er nicht getan hat. Ja, du warst gestern zum Beispiel, du warst gestern in Berlin, Brandenburger Tor, mit einer blonden Frau. Sie hat ein rotes Kleid an. Du hattest eine Jeanshose an, weißes Hemd, schwarze Schuhe, Lederjacke. Du wurdest gesehen, mein Freund. Mein Vater sagt, was redest du da? Was für Berlin? Was für Brandenburger Tor? Was für rotes Kleid? Er sagt, doch, doch, ich habe Weißfotos. Ich weiß, dass du da warst. Und ich sage dir eins, dafür wirst du bezahlen. Dass du so mit meinen Gefühlen spielst und mir letztens noch Hoffnung gemacht hast. Warte ab. Ich mache dir dein Leben zur Hölle. Mein Vater dreht durch, sagt, Mädchen, du bist durch, durch, durch. Du bist einfach nur durch. Geht es dir noch gut, Alter? Such dir Hilfe. Such dir schnell Hilfe. Schnell. Sehr schnell. Und dann lacht sie so richtig so abwertend und sagt, du wirst ja schon noch sehen, wer Hilfe benötigt. Du oder ich. Oder Larissa. Mein Vater sagt, wer ist jetzt auf einmal Larissa? Du weißt ganz genau, wer Larissa ist. Bis dann. Ciao. Und legt einfach auf. Guckt mich an und sagt, warum lauscht du schon wieder? Ich habe gesagt, Mama, ich habe Angst. Du bist nicht mehr wiederzuerkennen. Ich habe Angst, meine Psyche ist im Heimer. Ich habe Angst, dass du uns umbringst. Ich habe jede Nacht Angst, dass du in mein Zimmer kommst. Und mich erwürgst. Und mich für irgendwas verantwortlich machst. Für eure Trennung. Für eure Scheidung. Ich weiß nicht mehr, wohin. Wenn du schon so viel Angst hast, warum bist du denn nicht einfach ruhig? Du weißt, dass ich das machen könnte. Und deine Mutter wird dir dabei nicht helfen können. Ich denke mir, ich denke mir, in welchem verfickten Scheiß-Psychofilm bin ich gerade? Ich bin einfach in mein Zimmer gegangen. Ich habe angefangen zu zittern. Ich zitter. Ich bin 14, 15 Jahre alt. Und was mache ich hier gerade durch? Meine Mutter wurde von Tag zu Tag dünner. Immer dünner, immer dünner, immer dünner. Irgendwann wurde sie auch ruhiger. Hat gar nicht mehr geredet. Wir konnten nicht zur Schule gehen. Wir mussten zu Hause bleiben. Wir hatten Angst, dass sie sich irgendwas antut. Irgendwann wurde das Jugendamt auf uns aufmerksam, weil wir weniger zur Schule gegangen sind. Fast gar nicht mehr zur Schule gegangen sind. Die haben meine Mutters Zustand gesehen. Die haben gesagt, wie lange ist das schon so? Wir haben gesagt, schon seit Monaten. Wir haben Angst. Wir wissen nicht, was sie hat. Es hat so angefangen. Dann ging es so weiter. Dann ging es so weiter. Ich habe denen die komplette Story erzählt. Meine Mutter kam sofort in die Psychiatrie. Geschlossene Psychiatrie. Ich kam auch in die Psychiatrie. Ich hatte den Schaden meines Lebens. Meine Schwester kam in ein Kinderheim. Mein Vater hat sich ab dem Moment gar nicht mehr für uns interessiert. Und Schizophrenie wurde bei meiner Mutter festgestellt. Nach einigen Jahren in der Psychiatrie kam ich raus. Meine Schwester war immer noch im Kinderheim. Irgendwann kam sie auch da raus. Und meine Mutter ist komplett und wenn ich sage komplett, dann wirklich komplett abgestürzt. Sie kann nicht mal mehr alleine auf Toilette. Sie kann sich nicht mehr alleine pflegen, verpflegen. Sie kann gar nichts mehr. Tod. Es ist ein Mensch mit einer leeren Hülle, ohne Seele. Wie das Ganze so weit kommen konnte, verstehe ich nicht. Es ist wirklich Schizophrenie gewesen. Es ist diese schwarze Magie gewesen. Weil da hat alles angefangen. Gibt es überhaupt schwarze Magie? Gibt es überhaupt Geister? Gibt es solche Dinge allgemein? Glaubt mir, sowas wie schwarze Magie meiner Meinung nach macht die Psyche eines Menschen noch kaputter. Lasst die Finger davon. Lasst einfach die Finger davon. Diese schwarze Magie hat das Leben meiner Mutter zerstört. Sie hat sich eingeredet, dass diese Kärtchen, die sie verbrennt, meinen Vater wieder zurückholen. Sie hat so tief hineingebohrt, dass sie es selber schon geglaubt hat, selbst Gespräche geführt hat und sich selbst kaputt gemacht hat. Glaubt bitte nicht solchen Menschen, die schwarze Magie machen. Es hat noch nie jemandem geholfen. Und es hat das Leben meiner Mutter zerstört, mein Leben zerstört, das Leben meiner Schwester zerstört. Sie kam in ein Kinderheim, ich in die Psychiatrie mit 15. Und meine Mutter ist sowieso komplett eigentlich tot. Sie redet nicht mehr, kann nicht mehr essen und trinken alleine, kann nicht auf Toilette alleine. Und meine Mutter ist keine 70 Jahre alt. Meine Mutter ist 40. 40. Glaubst du an so etwas? Schreib es in die Kommentare, Kusi. Ich küsse eure Herzen. Folgt mir um ein Bremilio. Das war es heute von uns. Nehmt euch aus der Story die Message raus, die am besten für euch ist. Und auch wenn du eine Geschichte hast, schreib mir gerne auf Instagram. Ich küsse eure Herzen. Einen wunderschönen Abend euch noch. Euer Saeed Ibrahim. Präsentiert von Jonathan Freaks diesem Jahr. Einen es schonr übel. Bis dahinter. Bis dahinter.